Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Platzform meines Lebens, dass wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten. Vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 ...